Yippia yo! Seid ihr bereit? Starfle, die Pferde, wir reiten euch ein! Yippia yo! Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Heyho Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Start-Debel- Oh nein, ein Video. Start-Debel-Story und sowas. Weil es heißt, wir haben Star-Debel-Stars-Wachende und ich hab ein Star-Debel-Stars gekauft. Nein, ich hab mir nicht... Ich hab mir keine Star-Debel-Stars gekauft. Ich hab ein Star-Debel-Stars gekauft, da gab es noch etwas dazu. Und deswegen... testen wir jetzt ein bisschen. Viel Spaß! Und wir fangen einfach hier bei Elisabeth an, weil wir da hatten wir aufgehört, bevor wir mit Weihnachten begonnen haben. Im neuen Jahr. Jetzt, wo du alle Steine hast, ist es an der Zeit, das Rätsel mit dem Runenstein zu lösen. Es ist ein Pussy, ich werde dir nicht verraten, wie es geht. Sie ist eine Prüfung. Ich erkläre dir lieber die Bedeutung der Runen, dann kannst du es selber lesen. So, jetzt kannst du dir jetzt auf die Runenstein lesen. Reiteln und los und viel Glück. Ja, okay. Ich bin jetzt um einige schlauer. Ja. Definitiv. Aber... Na gut. Wenn sie meint. Bin ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich überhaupt irgendwo hin? Was hab ich denn hier? Moorstein, ist Sternstein, ein Vulkanstein... Was muss ich damit machen? Leute, ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Moorland. Dann kannst du mal so ein West. Und so mit... Von den... Schatzjagd. Und mit dem so ein... Irgendein Rudenstein. Und so ein Steinkreis. Ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Wenn wir irgendwann mal... Ankommen. In diesem Jahrhundert. So, nach... 376 Millionen Tagen habe ich es dann mal geschafft, diesen komischen alten Ruidenkreis zu finden. Hallo, ich will mit dir reden. Du bist jetzt bei dem Rudenstein. Mal gucken, was da steht. Was? Platziere die Steine von innen nach außen, nach den Farben der Erde und vom Kern des Planeten und nach draußen. Wat? Äh... Jetzt nochmal auf Deutsch vielleicht? So für Dumme? Wo ist der Anfang? Vielleicht den hier drauflegen? Ich guck einfach, was ich wo drauflegen kann. Guck, der kann da drauf. Der kann nicht da drauf. Der kann da drauf. Der kann da drauf. Der kann da drauf. Hä? Wie jetzt? Aber der rote war richtig? Platziere die Steine von innen nach außen. Nach den Farben der Erde und vom Kern des Planeten und nach draußen. Ich hab keinen Plan, was jemand wir wollen! Leute, ich bin dumm! Wo muss ich sie jetzt lang? Feier mal. Hier laufen. Da müssen sie drauf. Na, das ist eine Schabacke gewesen. Braun. Huh! Hier laufen wir einen weiter. Ähm... Hier grün... Und dann hier blau. Taps! Ja, Mann! Wo ist mein Stein? Lol! Der Stein ist weg! Ach! Ach! Auch schon mitbekommen! Was ist das denn? Ui! Davon, der Stein warst du seine Kiste. Darin befinden sich viele Silbermilzen, eine alte Statue. Ein schicker Hut! Es ist Zeit nach Verpinta zurückzukehren. Denkst du zeigen, was du gefunden hast. Ja, also die Belohnung behalte ich das komplett an, Leute! Was ist das denn für eine höchste Statue? Die ist ja richtig pretty! Okay, da sind wir. Ha, Liv! Du hast es geschafft! Lass mal sehen! Massenhaft schöne Silbermünzen, eine Seestatue und ein oller Hut! Auf dich kann man dich verlassen! Und du kannst dich auf mich verlassen! Du bekommst den Hut und die Statue! Und ich die Silbermünzen! Das ist mehr als gerecht! Du bekommst immerhin zwei, sag ich nur eine! Ich weiß, ich weiß! Manchmal bin ich zu großzügig! Mach's gut! Amarsch! Ich möchte den Schatz teilen! Bist du noch da? Ich habe sehr viel zu tun! Aber vielleicht solltest du zum Ratsmann im Feiergruppe reiten, um den Schatz mit ihm und den anderen zu teilen! Hier nehme meine Silbermünzen als Souvenir! Du musst mir nicht danken! Wir sehen uns! Für die Belohnung! Mache! Das! Äh... Hüpf! Okay! Wir haben ein sehr kompetentes Pferd! Hello, my friend! Du hast also den Schatz gefunden! Fantastisch! Was sagst du? James hat alle Silbermünzen genommen! Darf ich mal die Münze sehen, die du da hast? Hm... Das ist eine Zinnmünze! Kaum einen halben Schilling wert! Nehmen wir an, dass James nicht mal eine Umkosten damit reinbekommt! Aber du hast zumindest ein spannendes Abenteuer gehabt, oder? Warte mal! Die Statue da! Kann ich die mal sehen? Wow! Weißt du, was du da gefunden hast? Eine echte Statue von einem uralten Pferdevolk Jorwigs! Das ist ein unbezahlbarer Artefakt! Die gehört natürlich dem Volk Jorwigs und muss ausgestellt werden, damit sie alle sehen können! Da das ein archäologischer Pfund des Pferdevolks ist, muss ich die Statue beschlagnahmen! Du bekommst natürlich einen Finderlohn! Ich leh zu, dass der Butler und Frau Holtzluss auch eine Belohnung bekommen! Du hast den Volk Jorwigs seinen großen Dienst erwiesen lassen! Danke! Und den schönen alten Hut darfst du behalten! Sehr schön! Wo ist er denn? Der Hut! Ist er das? Ja! Wunderschön! Diese Hut! Kann ich einfach kaufen? Ich weiß nicht, ob ich denke... Läuft! So! Wir sind jetzt hier wieder auf unserer Eiszeit geliebten Situ Farm und machen hier ein bisschen weiter! Ich dachte, wir schaffen mir ein Überleg über die alte kaputte Hufeismensch! Dann werde ich sehen, was alles getan werden muss! Kommst du mit? Okay! Situ! Gut zu wissen! So, das war jetzt ein sehr toller Rundgang! Aber okay, der geht weiter! Okay! Das ist das Haupttastorvent! Ich habe mir heute Morgen die Freiheit genommen, meine Sachen hineinzutragen! Überall liegt Finger, dicker Staub und das Dach hat wahrscheinlich keinen Regenschauer stand! Aber ich möchte dort unbedingt mein Zuhause einrichten! Ja gut, wenn er meint! Mein Problem ist es nicht! Ein schöner, großer Lagershoppen! Viel Platz für Vorricht! Ich habe hier eine Aufgabentafel aufgestellt, damit wir den Überblick darüber behalten, was noch zu tun ist! Ja, sehr groß! Sehr, 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 sehr groß, ja! Eine der Pflegestationen zum Waschen und Pflegen der Tiere! Mit den Rohrleitungen stimmt etwas nicht, aber wir werden alles bald repariert haben! Diese Koppe hat schon bessere Tage gesehen! Das Tor ist kaputt und die ganzen Steine werden die Sehnen der Pferde ziemlich beanspruchen! Was da so große Bögen macht! Das Herz jeder Ranch, der Stall! Da ist viel Arbeit nötig, aber wenn wir fertig sind, ist da sicherlich eine wahre Pferdebracht! So! Vielen Dank, dass du mich begleitest! Ich werde die Hilfe der gesamten Stadt brauchen, damit ich die Rettung so endlich verwirklichen kann! Aber mit deiner Hilfe können wir beginnen! Was meinst du, wirst du mir helfen, die verrückten Trauben um die Tat umzusetzen? Ja, 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 ja! Erinnerst du dich an die Aufgabentafel, die ich während der Runde um die Rates gezeigt habe? Ja, Sven. Drüben beim Versorgungsschuppen, ich habe eine Liste der wichtigsten Aufgaben zusammengestellt! Es gibt keinen Grund, warum wir die sofort mit der Arbeit beginnen sollten! Ja, okay! Ich hätte die jetzt auch so gefunden! Ach, fester liegt dein Bobstam rum! Das ist die Aufgabentafel der Rettungsvenge. Hier siehst du alle Aufgaben, die du für den erneuten Aufbau und die Restaurierung der beiden verwügbar sind. Du musst dir alle Aufgaben entledigen, bevor die Geschichte weitergehen kann. Okay. Die Böschstation. Die machen wir mal, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich würde sagen, danach machen wir auch schon Schluss. Aber die Böschstation, die machen wir noch. Ich essen das. Die da hinten. Ah, die schon. Okay. Das ist wichtig, wie bei mir da so ein Pferd in so einer Ruine steht. So, damit das Pferd jetzt auch mal ordentlich steht, machen wir hier erstmal was Schönes draus. Ich würde eigentlich so auf der zweiten Stufe bleiben können. Das ist doch gut, dass du in der zweiten Stufe. Und damit würde ich mich jetzt auch für diese Folge verabschieden. Hier ist allerhand nicht passiert. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auf der nächsten Folge einfach. Und dann machen wir hier ein bisschen weiter und sagen, gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich, falls du es nicht getan hast. Dankeschön für 604 Abonnenten. Heute haben wir genau 604 Abonnenten. Und vielleicht kriege ich es hier diesmal auf die Reihe, ein Aboswäsche zu machen. Vielleicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.